Ja und willkommen auf meinem Kanal, Muzzle Dauphus, erst mal. Wir spielen heute mal eine gepflegte Runde PUBG Battlegrounds und ich würde sagen, bist du bereit, Schlamming, ins Abenteuer zu stoßen? Nein. Nein? Ich bin die Steuerung nicht, Alter. Ich hoffe, dass du schnell bereit wirst, weil es geht um Leben oder Tod. Wir sagen, vergessen diese Runde. Bis gleich, Leute. Oh, jetzt sind wir fixen. Wunderschön, wir gehen ab. Ich entscheide. Wir gehen ins Wissen. Wie markiere ich? Was ist DEL? Ah, jetzt hab ich. Da gehen wir hin. Hörst du los? Äh, wo ist die Markierung? Folge mir. Okay, ich folg dir. Ich hab keine Ahnung von der Steuerung. Wir werden alle sterben. Da, 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 da. Da, 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 da. Voll schön, komm mal. Wir sind im Gefängnis. Das ist wunderbar. Ich probier auf dem Dach zu landen. Profi, geh mal nicht. Vorher geh mal hinterher Haus hier. Hier stehst du jemand? Na, das ist ein Gegner. Da hab ich schon mal den Echsen-Gegner. Wusste, ich noch. Im Gebäude. Er hat auch schon eine Waffe und ich hab nichts. Wir sind aber die Haare schon heute gleich in der Woche. Ich beobachte den in den Rucksack. Andere Waffe habe ich jetzt nicht der Ding gesehen. Wir wissen mal keine gute Idee, das sind scheinbar sehr oft Leute. Und es wird direkt schon auf mich geballert. Darfst du es zu mir zu kommen? Ja. Aber ich hab auch Freunde mitgebracht. Ich hab nur Granaten. Komm zu mir mal, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Da drin, da drin, da drin. Nein, nein im Raum. Hier. Ja, dennoch würde ich dir sagen kurz. Hier ist eine Waffe drin, deswegen nimm dich vielleicht zuerst. Ja, hab ich. Und ich mach mit. Wie kann ich jetzt die Waffe... Ach so, das kann man mit dem Mausrad, okay. Äh, ich hab gar keine Munition für dich. Also, die liegt dort. Ja, aber ich hab keinen Platz dafür. Wie geht's dir gut, gesagt, gehört mal. Wie geh ich auf den Montag? I. Das werf ich weg und dann hol ich mir den... Er ist Nachladen? Ja. Danksam steck ich die Steuer. Gut. Ich tu mal meine ganzen Waffen mal Nachladen. Ich hab' ich in der Hand, ich weiß gar nicht, was das ist. Was ist das, was ich in der Hand hab? Naja, das ist ein Taktik-Paket, das war der Gerüchtling. Ich hab' nicht die beste Ausrüstung. Nein, was ich in der Hand hab' ja gesagt habe. Okay. Vorhin hab' ich da nach im großen haus sind welche vorsicht also ich glaube sehr stark und ich habe endlich gut ja auch kommt 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 wir sollten sagen zu begeben das gibt Autos und Motorräder kurz Das ist cool. Gibt es auch Reitier? Ach so, ich glaube nicht. Sollen wir vielleicht da reingehen in das Gebäude? Nein, wir müssen weiter. Okay. Es ist sehr gefährlich, dass wir hier auf so einer Fläche von Reichen sind. Sollen zu mir? Hier müssen wir so gepäckig gehen. So. So, auch immer mal durch. So. 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 ich hab zehn minuten geübs erwischt mir das und aber lass ich kämpfen doch nicht weißt du wo die kämpfen ich könnte doch mehr die haben da oben einfach die angriffswäsche dann hast du auch Ich möchte da rein. Hm. Ein besserer Helm. Jetzt kommt da keine Insta, Alter. Und 50 Leuten, aber ich sehe, dass wir die Einzigen hier drin sind. Das würde mich stark wundern. Komm mit, komm mit, komm mit, wir müssen raus. Komm mit, wir müssen doch raus. Wir müssen zur Tone. Ich sehe es. Wir haben noch 50 Sekunden. Helfer. Da, 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 da. Gibt es falsch haben? Ja. Du hast auch nur ca. eine Stunde gespielt. Ja. Angeschlossen? Ich schau gerade, nein. Das ist die Zone. Je mehr er kommt. Nein, wir haben geschossen. Ja, wir werden angeschossen. Renner Quatsch mal. Wir werden vom Haus abgeschossen. Ich merks. Ich lieg am Boden. Ich will sie mitzutraxeln. Na gut, es war klar, dass die Leute am Haus sind. Oder campen. Wie kannst du in die Eco-Perspektive gehen? Seh, ein Doppelklick. Sag mal, das ist doch klar, dass ich liebe Eco-Perspektive. Aber doch klar, dass man was kann. Alter. Will ich dich nie wiederbeleben? Nein, ich bin gar nicht so. Du bist komplett? Ich würde es gerne probieren, aber ich glaube nicht. Sag mal so, ich hab die beiden wieder weggeholt. Nicht mal. Todesverdammt. Sind noch welche da? Sag mal. Halt alles von mir abvalorieren. Indirekt. Direkt nicht. Ich bin seelische Unterstützer. Ich bin seelische Unterstützer. Okay, verstehe. Aber die hab ich gerade wirklich schön weggeholt. Jetzt bin ich erst noch zwei Schüsse gegeben. Dann haben wir wirklich einen Schuss gegeben, der war da. Mir war aber bewusst das dort an, dass da dann ein Haus dann irgendwer sein muss. Ja, ich dachte, ich muss schießen. Und dann irgendwann rumrennt sie mich auch gefragt. Mir war halt der Vorteil, dass ich dann noch die Wand gehabt hab, dass er auf dich fokussiert war. Ich hab die Wand genutzt hab. Ja, aber was hätt ich großartig noch mal machen sollen? Ich glaub, ich hätt es kraxeln können, aber jetzt nicht so schlimm. Die erste Runde richtig ist okay. Hätt ich nicht, weil die Border extrem schnell gekommen ist. Äh, die erste? Hätt ich ja kraxelt hätt, hätt ich's gar nicht geschafft. Die erste Runde ist ja okay, also, Max brauche erzählen. Ja, Leute. Von heute. Freut ihr euch? Mit V kannst du die Egon zu wechseln, auch. Mit V kannst du die Egon zu wechseln, auch. Mit V kannst du die Egon zu wechseln, auch. Mit V kannst du die Egon zu wechseln, auch. Mit C kannst du schoomen, ja. Ich war leider der falschen Ding. Wie es denn auch sei, freut ihr euch auf unser neues Projekt, das bald stattfinden wird. Und zwar am PC-Auswalt. Ja. Wann andere Probleme? Der Forgestold. Könnt euch sehr ganz auch freuen, an Teddy, wenn ich vermute, dass da ein neues dann wer drin ist. Schön für dich, dass da wer drin ist. Der ist gar keiner. Ja, ähm. Weil man kriegt auch komplett die Zone im Nacken hängt. Deswegen. Wollen wir schon wieder hin! Achso, der ist hier ja schon abgehauen, man. Ganz sicher. Wenn ja blöd, wenn sie nicht drinnen würden. Wieviel Schaden macht die V card! Es geht! Bide, bitte, 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 bitte. Du meinst? Hey, kannst du doch noch fahren? Das ist geil! Oh! Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Prost! Wir fahren einfach mal zum Schrott. Vielleicht schafft das jetzt nicht mehr. Der wahrscheinlich schafft er jetzt nicht mehr zu den Bordern. Nein, der ist tot. Der ist tot, der hat mich überfahren. Also komplett überfahren. Ja, der ist tot. Aber stell dir jetzt mal vor, du rennst, schaffst bis kurz davor zu schaffen und dann kommt einer für hinten über. Fertig, Alter. Ja, es war aber lustig, es ist ganz richtig lustig, das Meme so. Hallo, bye, bye. Hallo, bumm. Was ist das so lustig in diesem Game, das sollte Leute überfahren, kannst du einfach im Game. Kannst du tauchen? Hä, warum richtig? Warum richtig? Oh, doch, okay, wenn ich das so war. Na, du kannst auch theoretisch tauchen. Wo steht wie viel... Ah, okay, da steht wie viel Zauberstück. Wo steht das, hä? Unten auf deinem Symbol. So, Feierhauke, danke. Sind, also, glaub ich dann doch lieber in dein, in deiner Perspektive. Aus was besteht die Borde? Warum entsteht die Borde? Von wo hat mich der jetzt tötet. Das würde mich jetzt auch interessieren, wo war der? Wie hat er dich vor allem so schnell getötet? War eigentlich ein Maschinengewehr. Aber ich würde sagen, was... Der war vielleicht der, wo er in diesem Quadding war? Ich sehe keine Ahnung, dass der war. Aber wir haben ja noch... Also, sagen... Das war's mit dem ersten Runde. Ich hoffe, dass ihr euch gefallen. Sag, keine Leute, oder? Vielleicht hast du's so'n sagen. Ciao, Leute! Nächstes Mal mach ich ihm Platz. Wir spielen gemeinsam. Aber ja, ciao!